Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video und wie ihr es im Titel schon lesen könnt gibt es heute ein etwas anderes Video auf diesem Kanal und zwar ist heute der Release des Kollabo Albums von Farid Bang und Capital Bra mit Deutschrap Brandneu und Freunde ich habe mir die Box bestellt und heute gibt es die Deutschrap Brandneu Unboxing vor der Seite schon mal mega nice Farid Bang als Bane und Capital Bra als Joker Bra sehr sehr cool gucken wir mal was da drin ist so freunde öffnen wir mal die Box und gucken was da drin ist so kommen wir zum ersten Gegenstand was haben wir denn hier Sticker ganz cool mit Deutschrap Brandneu Farid Kapi ganz cool so nächster Gegenstand was haben wir hier oh ein Poster Freunde beidseitiges Poster sehr sehr cool boah das das sieht wirklich wirklich geil aus Freunde auch die andere Seite ist nicht so cool muss ich sagen da gefällt mir die andere Seite echt besser muss ich sagen aber trotzdem wirklich ein cooles beidseitiges Poster ok Freunde kommen wir zum nächsten Gegenstand was haben wir hier ein T-Shirt sieht cool aus Rückseite hier oben Deutschrap Brandneu Freunde ich zieh es mal an und dann geht es mit den nächsten Gegenständen die noch in der Box drin sind dann weiter das T-Shirt ist an passt muss ich sagen Freunde jetzt kommen wir zum nächsten Gegenstand in der Box und wir haben hier ein Kartenspiel sehr sehr cool muss ich sagen checken wir das mal aus mal gucken wie die Karten ausschauen Boah geil richtig geil Alter haben wir noch ein Motiv Alter wirklich sehr sehr cooles Kartenspiel muss ich sagen sehr sehr cool sehr 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 cool ok Kommen wir zu den nächsten Sachen die hier drinnen sind noch paar weitere Sticker Bänger Musik Bra Musik hier nochmal Kapi als Joker Bra nochmal nochmal dann Fahrrad als Bane und nochmal Ok Freunde es sind noch zwei Sachen in der Box kommen wir jetzt zum nächsten Gegenstand Und das ist das Hauptalbum Deutschrap Brandneu von Farid und Capital Bra Wir haben jetzt Songs drauf wie Karma Molotov mit Kollegah Joker Bra und Bane Kipp Kipp Renn Renn mit Haftbefehl Halt die Zeit an Bänger und Brass mit Angie Blender Goat mit San Diego Das Böse gewinnt Das Böse gewinnt Drei Mios Beretter mit Sana Bis ich umkippe Verflucht Real San Jamal Und Nie erwachsen werden 16 Songs auf dem Album 5 Feature Gäste auf dem Album Cool Sehr sehr cool Hier nochmal die Tracklist Ok Freunde Kommen wir jetzt zum letzten Gegenstand In dieser Box Und das meine lieben Freunde Ist ein fucking Comic Geil Einfach geil Richtig richtig geil Freunde Alter Boah ey Das sieht richtig richtig geil aus Richtig 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 geil Wirklich Muss ich sagen Richtig 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 geil Hör Auf jeden Fall Highlight in dieser Box Muss ich echt sagen Die anderen Sachen Sind auch nicht schlecht Wie das T-Shirt Oder Die DVD Oder Das Kartenspiel Ja Ich bin Zufrieden mit der Box Freunde Was ist euer Highlight Aus dieser Box Ich Find die Box Echt Echt cool Ja So Freunde Dann würde ich sagen Das war's Mit diesem Unboxing Video Zu dem Collabo Album Von Farid Bang Und Capital Bra Deutschrap Brand Neu Die Singles Die Singles Die bis jetzt Rauskommen sind Waren schon mega geil Muss ich ganz ehrlich sagen Im gesamten Album Hab ich noch nicht reing gehört Aber werde ich auf jeden Fall noch machen Äh ja Freunde Wenn euch dieses Unboxing Video gefallen hat Würde ich mich Über einen Daumen nach oben freuen Genauso wäre ein Abo Das könnt ihr hier machen Und hier oben Werde ich hier irgendein Zufälliges Video verlinken Ähm Ja Freunde Vergesst nicht die Glocke zu aktivieren Damit ihr keine Videos Von mir verpasst Wenn ich eins hochlade Dann werdet ihr dir benachrichtigt Wenn ich euch dieses Video Hochgeladen habe Und Ja Freunde Dann würde ich sagen Hören wir uns Zum nächsten Video wieder Haut rein Zockerboy Game Over Ciao